Wenn im September in Sachsen, Brandenburg und Thüringen neue deutsche Landtage gewählt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Alternative für Deutschland unter Umständen gewinnt. Wir schauen uns deshalb in diesem Video an, wie die Chancen stehen für die AfD, welche Wahlergebnisse ihr erwarten könnt und ob es möglich ist, dass es am Ende des Tages auch eine AfD-Landesregierung gibt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marvin, ich bin Politiker und Sportjournalist und schön, dass ihr da seid und bitte bleibt respektvoll in den Kommentaren. Viel wurde ja nach der Europawahl geschrieben über den Erfolg der AfD und über den Erfolg des BSW von Sarah Wagenknecht und auch in kleinem Rahmen über die kleinere Partei Woltz. Trotz vergangener Skandale rund um die Partei AfD, wie zum Beispiel, dass sie von ihrer Fraktion im Europaparlament rausgeschmissen wurde, Maximilian Krah oder auch den Potsdamer Treffen, gewann die Partei einige Prozentpunkte hinzu. Doch weil Europawahlen eben Europawahlen sind und viele Leute oft bei der EU-Wahl etwas andere Wahlentscheidungen treffen als bei Landtagswahlen oder auch bei Bundestagswahlen, halte ich es für sinnvoll, einen genaueren Blick auf die einzelnen Bundesländer zu werfen, die Ende des Jahres noch wählen. Und wir starten in Sachsen. Dort wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Übrigens Wahlprogramm-Videos zu den verschiedenen Bundesländern wird es natürlich auch auf meinem Kanal wieder geben. Also abonniert dafür gerne. So, wir starten mit Sachsen. Bei der Landtagswahl in Sachsen tritt AfD-Landeschef Jörg Urban als Spitzenkandidat an. 92 Prozent bekamen auf dem Landesparteitag und landete bei der AfD-Wahl auf Platz 1 eben. Urban gehörte tatsächlich auch dem Björn Höcke Flügel an und ist seit 2018 AfD-Landeschef und seit 2017 Fraktionschef der Partei im Sächsischen Landtag. Und Urban gehörte dem vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften und inzwischen formal aufgelösten sogenannten Flügel der AfD um Thüringens Landeschef und Rechtsaußen Björn Höcke an. Tatsächlich war der AfD-Politiker also auch schon bei der vergangenen Landtagswahl 2019 Spitzenkandidat in Sachsen. 2019 holte die AfD in Sachsen bei der Landtagswahl mit Urban als Spitzenkandidat noch 27,5 Prozent und wurde damals zweigstärkste Kraft nach der CDU. Nach der Landtagswahl allerdings traten mehrere Politiker der AfD-Landtagsfraktion aus der Partei eben aus, wodurch bis heute 34 Abgeordnete übrig blieben. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Wahlumfragen bzw. auch Wahlergebnisse in den vergangenen acht Jahren in Sachsen entwickelt haben, dann können wir beobachten, dass vor allem die Linke stark verloren hat seit 2017 und die AfD inzwischen ungefähr gleich auf zu sein scheint mit der sächsischen CDU oder vielleicht auch sogar vorgelegt. Bis September 2024 wird in Sachsen dann allerdings noch die Landesregierung von CDU, SPD und Grüne gestellt. Das wird allerdings mit großer Sicherheit sich ändern. Denn nicht nur scheint die AfD inzwischen stärker als 2019 und die CDU etwas schwächern. Nee, alle anderen Parteien, sprich Grüne, SPD, Linke und FDP haben an Prozenten verloren. Sogar so viel, dass die Linke von 10 Prozent auf unter 5 Prozent abrutscht. Auch die FDP scheint wieder raus aus dem Landtag zu fliegen und ehrlicherweise steht es um die Grünen und die SPD auch nicht allzu gut. Sprich, beide sind gerade mal ein Prozentpunkt davon entfernt, ebenfalls raus aus dem Landtag zu fliegen. Wenn das Wahlergebnis am Ende genau so eintritt, dann wird die aktuelle Landesregierung also keine Mehrheit mehr haben. CDU, Grüne und SPD hätten keine Mehrheit mehr und die einzigen anderen Möglichkeiten sind AfD und CDU, AfD und BSW oder CDU und BSW. Ja, und wenn man ganz genau hin sieht, hat das CDU-BSW-Bündnis aktuell zumindest auch nur einen hauchdünnen Vorsprung im Parlament. Gerade so hätten sie die Mehrheit im Parlament mit 61 von 120 Sitzen. Dass die CDU mit der AfD gemeinsame Sachen macht, ist eigentlich offiziell ausgeschlossen laut Parteibeschluss. Was bedeutet, dass die AfD nur mit BSW an die Macht kommen kann. 64 von 120 Sitzen hätten beide zusammen. Wenn übrigens nur diese drei Parteien es in den Landtag schaffen sollten, also AfD, CDU und BSW, dann würden die Konstellationen gleich bleiben. Denn nur die jeweiligen Koalitionen hätten eine größere Mehrheit. Aber die AfD hat Chancen an die Macht zu kommen und eine Landesregierung zu stellen, wenn erstens die AfD mit BSW zusammenarbeiten würde und auch zweitens BSW mit der AfD zusammenarbeiten würde. Logisch. Beides ist trotzdem unwahrscheinlich. Aber was glaubt ihr? Eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und weiter geht's mit Thüringen. In Thüringen ist Björn Höcke Spitzenkandidat. Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Und auch hier spielt einmal mehr BSW eine wirklich wichtige Rolle. Schauen wir uns aber erst einmal den Verlauf an. In den vergangenen acht Jahren sehen wir, dass die AfD in Thüringen von allen Parteien am stärksten gewonnen hat. Und erst kürzlich unter anderem durch das Aufkommen der Wagenknecht-Partei BSW einige Prozentpunkte verloren hat. Die Linke jedenfalls, die 2019 noch die Landtagswahl gewonnen hat, verliert aktuell zumindest haushoch am meisten Stimmen. Übrigens, ich habe mit Bodo Ramelow auch schon gesprochen vor einigen Wochen. Das Interview findet ihr im i verlinkt. Die Grünen würden aktuell aus dem Landtag fliegen und auch die SPD verliert weiter mit sieben Prozent. Sollte es aber wohl noch in den Landtag schaffen. Wenn die SPD es schafft und die Grünen nicht allerdings, dann kann die AfD nur mit der CDU regieren oder mit BSW. Oder rein theoretisch auch mit Linke und SPD. Heißt, genau wie in Sachsen, bliebe eigentlich nur noch BSW als Bündnispartner. Da die sich zumindest offiziell noch nicht zu einer Koalition zur AfD geäußert haben. Ansonsten erscheint es eben auch hier so, als sei BSW das Zunglern an der Waage. Ob man beispielsweise gemeinsame Sachen mit CDU machen würde. Beziehungsweise ob die CDU das überhaupt mit der BSW machen würde. Wenn es die SPD auch nicht mehr in den Landtag schaffen sollte, dann schwinden die Optionen, genau wie in Sachsen, auf AfD-CDU, AfD-BSW oder CDU-BSW. Aber auch hier wäre ein CDU-BSW Bündnis nur mit einer knappen Mehrheit möglich. Also auch hier ist eine AfD-Regierung nicht komplett vom Tisch. Aber Ende 2023 sah das Bild noch ganz anders aus, als es noch kein BSW gab. Damals hätte es auch eine AfD-alleinige Regierung geben können, wenn SPD und Grüne es nicht in den Landtag geschafft hätten, laut Wahlumfragen. Ohne CDU, ohne Linke. Die Option scheint zumindest mal vom Tisch. Als nächstes Brandenburg. Dort wird am 22. September 2024 gewählt. Die AfD in Brandenburg geht mit dem dortigen Fraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt in ihr Rennen. Übrigens, der Brandenburger Verfassungsschutz stuft Berndt als erwiesenen Rechtsextremisten ein. Sein Ziel allerdings, die stärkste Kraft werden in Brandenburg und dann mit den anderen Parteien reden und schauen, wer mit ihm und der AfD eine Landesregierung führen will. Aber auch in Brandenburg schauen wir uns erst einmal den Wahlumfragenverlauf der vergangenen neun Jahre tatsächlich. Und auch hier könnt ihr beobachten, dass die AfD deutlich hinzugewinnen konnte, die SPD deutlich verliert und auch die Linke inzwischen von mehr als 15 Prozent auf unter 5 Prozent abgerutscht ist. Auch die Grünen scheinen inzwischen an der 5-Prozent-Hürde zu kratzen. Nur BSW konnte vor kurzem Boden gut machen und wir gehen jetzt mal von diesem Ergebnis hier aus bei der Landtagswahl, dann wäre die AfD realistisch betrachtet nur mit der BSW am Regieren, da CDU und SPD ausgeschlossen sind. Dennoch, es gibt in Brandenburg aktuell nur eine andere Regierungskonstellation gegen die AfD, wirklich die einzige, mit einer Mehrheit also aus BSW, CDU und SPD. Was anderes geht schlicht nicht. Selbst wenn die Freien Wähler und die Grünen es nicht in den Landtag schaffen, sieht die Lage nicht anders aus. Nach wie vor ist die einzige Mehrheitskonstellation gegen die AfD eine Kombination aus BSW, CDU und SPD. Will die AfD also in Brandenburg an die Macht kommen, dann muss sie mit BSW ins Gespräch treten. Ich vermute, dass die AfD es 2024 nicht schafft, eine Landesregierung zu stellen. Meine persönliche Vermutung ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die CDU sich zusammenschließt mit BSW und in den drei Bundesländern eine gemeinsame Landesregierung bilden wird. Obwohl, und das muss man deutlich dazu sagen, beide Parteien ja gerade auf wirtschaftlicher Ebene riesige Unterschiede haben und sich Friedrich Merz auch schon auf Bundesebene dagegen geäußert hat. Wie ich auch in meinem vorangegangenen Video schon erklärt habe, was ihr im i findet, beziehungsweise was ihr auch hier in der Endkarte findet. Also schaut da gerne vorbei, aber wie schätzt ihr die Lage ein? Wie schätzt ihr die Lage zu den Landtagswahlen ein? Wird es eine AfD-Regierung geben? Ja oder nein? Und bleibt bitte respektvoll in den Kommentaren und hier bis zum nächsten Video.